Es ist Ramon Bon, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramon Bon, er bringt uns Wunderbares. Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal kein Rezept von mir, sondern ein richtig hübsches DIY zum Zuckerfest. Ich zeige euch nämlich in diesem Video, wie ihr eine stinknormale Merci-Verpackung richtig hübsch umstylen könnt. Und hier seht ihr alles, was wir dafür benötigen. Das ist eine Packung Merci, das ist die Standardgröße mit 20 Stück drin. Außerdem noch etwas Klebstoff und Teserband. Hier habe ich noch doppelseitiges Klebeband, das habe ich aber hinterher gar nicht verwendet. Ihr könnt einfach schauen, was euch da am besten passt. Außerdem noch eine Schere und ein Skalpell oder ein Teppichmesser. Ein Geodreieck und dann habe ich noch eine richtig süße Seite entdeckt, sweetfacial.com. Da könnt ihr euch kostenlose Schablonen ausdrucken. Ganz wichtig ist auch diese Vorlage, die findet ihr so nicht im Internet. Die habe ich für euch erstellt und euch den Link unten in die Infobox geschrieben. Und zu guter Letzt habe ich hier noch eine Glitzerpappe aus dem Bastelbedarf. Ihr könnt aber auch nehmen, was ihr möchtet. Zuerst kümmere ich mich um die Vorlage, die wird einmal sorgfältig ausgeschnitten. Dann geben wir sie auf eine Messie-Tafel und zwar mit der Schrift natürlich nach vorne. Und dann könnt ihr sie hinten mit etwas Teserband befestigen. Sobald wir das mit allen Tafeln gemacht haben, nehmen wir uns die Glitzerpappe und legen da den leeren Messie-Karton drauf. Jetzt zeichnen wir uns die Umrandung der Oberfläche und danach wird das Ganze ausgeschnitten. Völlig egal, ob ihr da ein Teppichmesser, ein Skalpell oder eine Schere nehmt. Damit wir die Messie-Packung später auch aufbekommen, müssen wir die Öffnung auch herausschneiden. Und hier müsst ihr darauf achten, dass ihr da nicht zu viel einschneidet. Also dieser Streifen in der Mitte, der gehört noch zum Rand, den dürft ihr nicht mit beachten. Das wird dann auch nochmal sorgfältig ausgeschnitten und dann haben wir insgesamt drei Teile. Jetzt kommt auf die Messie-Packung reichlich Kleber, also spart da auch am besten nicht, damit das schön anklebt. Und dann kleben wir die Glitzerpappe direkt da drauf. Dann werden auch noch die Ränder beklebt, damit das auch passend aussieht und nicht so halbherzig. Und danach geht es weiter mit der Innenseite der Messie-Packung. Hierfür auch wieder die Verpackung mit dem Bleistift nachzeichnen und ausschneiden. Das wird dann auch auf die Innenseite der Messie-Schachtel geklebt und hier bitte wieder reichlich Kleber verwenden, damit das Ganze auch an den Seiten nicht aufgeht. Und dann drückt ihr das am besten nochmal richtig fest an. Dann habe ich mir ein Button von der Seite SweetPresure.com, von der ich euch gerade schon berichtet habe, etwas ausgeschnitten und klebe das auch nochmal auf die Vorderseite. Für die Innenseite der Messie-Packung habe ich mich für diese zwei Symbole entschieden und klebe sie auch noch auf. Und soweit sind wir nun fertig. Hier zeige ich euch nochmal, dass wir die Oberseite der Messie-Tafel nicht beklebt haben, denn daran erkennt man ja, welche Sorte es ist. Und jetzt wird die Schachtel einfach nur noch befüllt und dann ist das Ganze auch schon fertig zum Verschenken. Falls euch diese Geschenkidee gefällt und ihr das Ganze sogar nachmacht, dann schickt mir doch gerne eure Fotos über Instagram. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal auf Gigi's Kitchen!